Jetzt gibt es Menschen, die sagen, die Werteunion ist nur der erste Schritt. Spielen Sie mit dem Gedanken, eine neue Partei zu gründen? Es geht hier um die Werteunion, die zunächst mal innerhalb der Union wirken will und soll. Das halte ich für wichtig, obwohl die Werteunion auch ausgegrenzt wird innerhalb der CDU. Aber ich muss auch sagen, die Werteunion ist nicht auf die CDU angewiesen. Die Union ist auf die Werteunion angewiesen. Und wir wollen auch eine Plattform werden für alle freiheitlich, liberalen und konservativen Menschen in Deutschland.